Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute geht es wieder mal um den Great Vault und den wollen wir mit dem Main und insgesamt drei Twings aufmachen. Heißt, wir haben vier Chars. Mit dem Main will ich ein bisschen, ja, einen Gear Upgrade noch bekommen. Ich hoffe, dass wir wieder Glück haben, so wie letzte Woche mit den Twings. Waren wir ein bisschen im Raid unterwegs und da soll es ein bisschen Transmog Items rausgeben und mal schauen, ob wir das ein oder andere bekommen können. Zum aktuellen Gear Stand kann ich euch jetzt mal hier kurz das zeigen. Wir sind jetzt 2.20 Uhr zumindest equipped. Ich hatte ja leider am Anfang der Expansion mit dem Great Vault nicht so viel Glück. Ich hoffe, das Glück dreht sich so ein bisschen. Und ja, also heißt Schultern, Umhang können wir mal brauchen. Eventuell Gürtel, Hände und einen Ring. Wobei ich jetzt einen Ring aus einer M-Plus-Dungeon bekommen habe. Den habe ich auch schon ein bisschen abgegradet. Seit letzter Woche kann man ja quasi dann Items ein bisschen upgraden. Leider halt nur auf 2.20 Uhr. Aber besser als nix. Oder vielleicht kriegen wir hier mal noch ein gutes Trinket. Mal eins, das besser ist als das, was ich habe, weil ich das irgendwie nie einsetze. Da werde ich mir hier im Stream auch schon immer für kritisiert. Ich soll doch mal ein anderes Trinket anziehen, weil ich das eh immer nie use. So, wir stellen jetzt mal auf Wildheit um diesmal. Ja, und vielleicht kriegen wir das Würfel-Trinket raus, weil ich bin mir nicht so sicher, dass das Tank, obwohl das müsste ja das Tank eigentlich auch looten können. Komm, lassen wir das einfach mal auf Tank. Gut, ähm, was ich letzte Woche gemacht habe, kann ich euch zeigen. Wir waren wieder 4 Dungeons. Und, ähm, wir haben tatsächlich auch ein paar höhere gemacht. Ich habe einen 18er Spitzen gemacht und einen 17er, äh, Nebel. Nicht, weil ich jetzt unbedingt meinen Score noch weiterpushen will. Mein Ziel war ja nur alle 15er In-Time. Aber ich muss ja eh Keys machen. Und da bin ich in eine Gruppe reingekommen. Die war ganz nett und haben ein paar mehr Inis gemacht und hat sich das angeboten. Jetzt habe ich halt auch einen 18er und einen 17er, ne. Und einen Ticken mehr Score. Mal gucken. Vielleicht mache ich die anderen auch noch mal ein bisschen höher. Dann tue ich mir vielleicht nächste Woche ein bisschen leichter auch in Gruppen rein. Oder nächste Season dann, ne. Das wird ja immer von letzten Season noch angezeigt. Okay, was haben wir gekriegt? Wir haben einmal Hände, 226 und ein Trinket. Äh, ich hätte lieber auf die Idee umgestellt. Das ist, das ist das absolute Rotz-Tank-Trinket, ne. Das ist, wenn die Mobs dich hauen, kriegen die Damage. Das ist eigentlich, das ist so halbwegs okay, aber ich finde es nicht gut. Ich muss fast die Handschuhe nehmen, die halt leider kein Versa drauf haben. Was habe ich im Moment für Handschuhe? Ich habe halt Versa-Tempo-Handschuhe, die halt gut sind. Und das sind halt leider Tempo-Kritt-Handschuhe. Aber die sind halt zumindest vom Item-Level besser, ne. 13 Item-Level. Hm. Hm. Was haben wir hier so drin? Ein paar LFR-Teile. Das lohnt sich eher nicht. Das lohnt sich eher nicht. Ja gut. Ich bin halt überlegen. Theoretisch könnte ich auch das Trinket nehmen, ne. Aber das ist halt eigentlich auch nicht pralle. Ich habe das schon mal im, im loweren Item-Level gehabt. Und, ja. Für große Puls ist es, glaube ich, nicht schlecht, ne. Wenn nicht viele kleine Mobs hauen, kommt schon ein bisschen was zusammen. Aber overall ist es nicht so gut. Hat auch 5 Minuten Abklingzeit, ne. Hm. Ich glaube, ich nehme die Handschuhe. Gut. Dann nehmen wir die mal. Kriegen wir noch einen Key. Jetzt gibt es halt auch... Ach, nice. Ich kriege jetzt einen 18er Key. Stimmt. Da hat Blizzard ja ein bisschen was geändert. So, was haben wir denn für einen Schicken Key? Äh, mein Inventar ist wieder ein bisschen zu... Oh, nekrotische Schneise. Oh. Oh. Gut. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich da irgendwas drauf verzaubern muss. Sammeln von Schattenlanden habe ich da drauf. Okay. Ähm. Ziehen wir die mal an. Das pusht zumindest mein Item-Level so einen Ticken hoch. Jetzt verlieren wir halt ein bisschen Versa. Dafür haben wir einen Ticken mehr Crit. Naja. Naja. Optimal ist es nicht, aber... Ja. Ich glaube, das lasse ich mal auf der Bank liegen. Eventuell, wenn ich doch ein bisschen mehr auf Versa gehen will, dann switche ich da eventuell nochmal. Okay. Ja. Ein bisschen Item-Level haben wir wieder hochgepusht. Aber die Schultern, die ich seit x Wochen abhaben will, ne, die kriege ich halt leider einfach nicht. Okay. Dann würde ich sagen, swappe ich mal auf meine Tinks rüber. Und dann gucken wir da mal, ähm, ob wir da noch das ein oder andere Token rausbekommen. Und zwar brauche ich ja noch ein paar Waffentokens, also so ein bisschen Transmog gedöhnt. Jetzt muss ich mal gucken. Mit dem einen Twink bin ich ja auf dem zweiten Account schon eingeloggt. Das ist mein Monk. Und mit dem waren wir auch ein bisschen im LFR unterwegs. Ich mache ja immer mit allen Twinks alle LFR-Teile, um einfach so einen Waffentoken rauszuziehen. Sehr schön. Wunderbar. Dann haben wir wieder einen Waffentoken. 187, das müsste das kleine Waffentoken sein. Das nehmen wir gerne mal raus. Letzte Woche hatten wir auch schon Glück. Ich glaube, das habe ich sogar, ne, das war mit dem anderen Char, wo ich einen Waffentoken rausgezogen habe. Sehr schön. Das ist gut. Das kann wir gebrauchen. Jetzt noch ein Waffentoken mit einem anderen Twink. Wäre auch nochmal super. So langsam kriege ich die fertig. Dann muss ich nicht mehr in LFR rein. Zumindest wegen dem Transmog nicht mehr. Wegen dem Anima. Hm. Lohnt sich es tatsächlich schon noch. Gut. Dann switchen wir hier auch noch auf den Char. Heißt, mit dem Main hat sich das jetzt eigentlich schon gelohnt. Das war schon ein Upgrade. Das war kein super-duper-Upgrade. Wenn Versa drauf gewesen wäre, wäre es natürlich wesentlich besser gewesen. Aber ich will mich jetzt nicht beschweren. Zum Glück habe ich nicht zum gefühlt zehnten Mal Schuhe bekommen. Also Schuhe haben wir schon einige auf der Bank liegen in verschiedenen Start-Varianten. Und da bin ich ganz froh, dass es zumindest mehr Hände waren. So. Dann gucken wir mal bei dem Twink auch noch rein. Vielleicht noch ein Waffentoken. Ihr seht schon, eins habe ich hier im Inventar liegen. Schade. Okay. Da haben wir nicht noch ein Waffentoken gekriegt. Aber vielleicht irgendwo ein Upgrade. Nope. Nope. Ne, das ist halt alles kein Upgrade, ne. Jetzt bin ich mir überlegen, ob ich das Trinket einfach nehme. Aber ich ziehe eigentlich die Trinkets, die ich habe, nicht aus. Weil ich die eigentlich nur im War-Mode zum World-Quest benutze. Und 40% mehr Versa ist halt schon stark. Dann nehmen wir einfach, nehmen wir einfach die Stiegier. Stiegier. Kann ja nicht überall was droppen. Jetzt gucken wir mal. Einen Schar haben wir noch über. Der vielleicht auch noch ein Token mit drin hat. Wird ein bisschen Glück. So. Hier mein dritter Druid. Oh. All the Things hat schon irgendwie was erkannt, was ich hier anscheinend rumliegen habe. Haben wir wieder irgendwas gekriegt gehabt. Oh. Mit dem muss ich das Inventar auch mal aufräumen. Irgendwie zieht sich da die Linie so ein bisschen durch. So. Jetzt gucken wir mal. Na. Uh. Sehr schön. Noch ein Waffentoken. Jetzt läuft es aber. Jetzt läuft es aber. Ich glaube, da werden wir bald fertig werden. Mit den Tokens. Hier habe ich nämlich schon mal eins im Inventar liegen. Jetzt haben wir zwei. Einmal ein großes. Ein 194 und ein 187. Token. Ja. Nice. Ein Upgrade mit Main. Zwei Waffentokens mit den Twinks. Kann ich mir nicht beschweren. Genauso gut wie letzte Woche. Letzte Woche hatte ich ein größeres Upgrade, weil Versa drauf war. Aber die Woche auch ein gutes Upgrade. Und ja. Damit sind wir eigentlich schon wieder durch. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr so in eurer Kiste drin habt. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Wenn ich dann wieder so das ein oder andere Mythic Plus Dungeon beziehungsweise in einem oder anderen Raid mit dem Twinks gelaufen bin. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.